Wir leben in einer schnelllebigen Welt, die sich laufend weiterentwickelt. Mobilität ist für viele ein zentrales Bedürfnis, auch wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Trotz der weltweiten pandemiebedingten Einschränkungen müssen wir sicherstellen, dass Sicherheit mit der sich entwickelnden Technologie Schritt hält. Allerdings sind herausfordernde Zeiten für Frequentes nichts Neues. 1947 begannen wir als bahnbrechender Gerätehersteller mit Fokus auf Hochfrequenztechnologie, halfen beim Wiederaufbau einer jungen Nation und nutzten Kreativität, um Ressourcenknappheit zu überwinden. Seitdem hat sich die Technologie weiterentwickelt und unsere Branche steht regelmäßig vor neuen Herausforderungen. Auf dem Weg zu einem global agierenden IT-Unternehmen sind die Themen, die uns antreiben, jedoch gleich geblieben. Neugier, Mut, gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung, Innovationsgeist und der Fokus auf Usability. Sicherheitskritisches Denken ist einer der zentralen Aspekte. Es war schon immer Teil unserer Identität. Unsere Kunden sind seit vielen Jahren treue Partner. Wir haben zugehört, geforscht, gebaut, entwickelt, abgestimmt, geschult, geschaffen, beigetragen, ausgebildet, definiert, verbessert, vorangetrieben und unterstützt. Aber ohne sie hätten wir das alles nicht geschafft. Gemeinsam mit ihnen sind wir zu einer multinationalen, diversifizierten Organisation gewachsen. Wir haben das weltweit erste virtuelle ATC-Center sowie das erste ATM-Grade-Netzwerk aufgebaut. Und wir finden sichere und innovative Wege, den Luftraum für unbemannten Verkehr zu öffnen. Wir machen Multimedia für Rettungsdienste verfügbar und ermöglichen Standortunabhängigkeit durch vollständig cloudbasierten Betrieb. Leitzentralen auf der ganzen Welt verlassen sich auf unsere innovativen Technologien und Lösungen. Und wir wachsen weiter. Unser Fokus liegt auf den Schlüsselthemen der Zukunft. Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Ich bin stolz auf die guten und langjährigen Beziehungen zu Kunden und Partnern und auf unsere hochmotivierte und talentierte Belegschaft. Frequentes ist heute ein börsennotiertes Familienunternehmen und ein Global Player. Wir sind der führende Anbieter für Lösungen in Leitzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Und das war nur der Anfang. 75 Jahre Innovation und Kontinuität. For a safer world.